Musik Und wenn du Pfech hast, kriegst du noch einen ab, für den du nicht geschützt bist. Musik 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 Oha! 4. Unruh und 1. 1. 2. 2. 3. Seien wir so im Raum. 5. Vendung. 5. Das war's für heute. Ja, aber das Ding kommt rein in die Zutunie bitte. Ja, das Ding kommt rein in die Zutunie bitte. Ja, das Ding kommt rein in die Zutunie bitte. Ja, das ist Pfeil. In der 83. Die 90. Spinnmute, Dennis Neider erhöht auf 4 zu 0. Das war das 5 zu 0, erzielt durch Christian Lang, das ist dann auch gleichzeitig das Endergebnis. Bis zum nächsten Mal, wir bedanken sich für den Besuch.